so einen wunderschönen guten morgen ich begrüße ganz herzlich zum guten morgen bau so gemeinsam mit xtb heute ist donnerstag der 21 september 2023 und wir wollen uns wie gestern schon hier an dieser stelle versprochen heute natürlich auch noch mal einen blick gönnen auf die fed was hat sie geliefert welche szenarien oder welches szenario ist es geworden wir hatten gestern ja hier an dieser stelle ein gameplan erstellt gehabt und es ist in der tat mein favorisiertes szenario geworden ich war sehr sehr positiv überrascht und ich will auch ganz ehrlich sein warum weil es sparen nämlich eine unglaubliche menge an arbeit heute am heutigen tag das ist ein in anführungsstrichen extrem szenario jetzt geworden ist und kein pathologisches wo man eben noch hier ein bisschen nachbessern muss und da noch mal ein bisschen was erklären und dergleichen sondern wir können straight away gleich dieses szenario thematisieren die reaktion im markt ist auch genauso ausgefallen wie gewünscht auch das hätte ein bisschen pathologischer werden können wenn wir jetzt statt einer bärischen reaktion eine bullische zu sehen bekommen haben was nicht ist kann noch werden steht außer frage aber ich glaube wir haben jetzt relativ gut eigentlich den fahrt geebnet für die kommenden tage der die short seite begünstigt warum das so ist in wenigen sekunden gibt es hierzu mehr an dieser stelle zunächst bevor wir offiziell starten erstmal der risiko hinweis devisen und cfds sind komplexe handelsinstrumente die werden auf margin getradet und gehen mit dem hohen risiko einher schnell geld zu verlieren sind ausgehend hiervon nicht für jeden anleger geeignet bevor man mit dem handel beginnt erstelle man bitte sein persönliches risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen finanzberater lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine demo herunter testen dann risikofrei schaut der handel mit diesem produkt sich für ereignet sofern man das für sich mit ja beantworten kann hat man auch die möglichkeit natürlich ein live konto zu eröffnen diesbezüglich alle informationen vollständig risiko hinweis auf xtb.com.de nutzt auch gerne die möglichkeit den deutschsprachigen kundensupport hier in berliner büros entsprechend zu kontaktieren falls ihr fragen haben solltet rund zur kontoeröffnung und zur plattform und dergleichen in eigener sache ganz kurz keine der hier von mir gemachten aussagen bitte als anlage empfehlung missverstehen das ist ein rein edukatives rein informatives event dient rein informativen edukativen zwecken sollte die fragen haben könnt ihr diese gerne unterhalb des videos in der kommentarfunktion stellen die ich dann gerne beantworten würde aber noch mal bitte nichts in irgendeiner form als anlage empfehlung missverstehen hier haben wir die kontaktdetails von xtb kurz zu xtb als broker ausgezeichnet als bester cfd broker des jahres 2023 bei der brokerwahl die gründe dazu geführt haben hier in der mitte einmal aufgeführt einer der gründe mit sicherheit die xstation und genau in dieser wollen wir uns jetzt begeben und auf diese wollen wir einen blick werfen wollen einen blick werfen auf den dax zunächst einmal wir sehen hier entsprechend die bärischen vorgaben gestern übergerollt nachdem wir relativ stark eigentlich reingekommen sind in die fed und dann auch entsprechend asiatische märkte die abschläge gesehen haben infolgedessen der dax dann im windschatten während des asiatischen handels ebenfalls hier mit aus abschlägen sich entsprechend konfrontiert sieht beim blick auf das ist nicht die stunde das ist die stunde hier ist erkennbar dass wir hier wichtigen support haben jetzt unterschritten in diesen gefilten ungefähr traden und auch schwierigkeiten haben weiter bullisches momentum aufzunehmen die short seite scheint also ganz klar zu favorisieren ich hatte im guten morgen börse hier gemeinsam mit xdb für die kunden von xdb szenario skizziert gehabt was ich mir vorstellen könnte dass es vor rund einer halben stunde jetzt zum zeitpunkt der aufzeichnung dieses events hier hat das stattgefunden und wie es ausschaut wie es ausschaut auf die fünf minuten basis kommend als kurz tatsächlich diesen kurzen push hier höher gegeben wir haben nicht ganz die region erreicht ich hatte ungefähr den schlusskurs von gestern hier um 8 50 8 60 zum thema gemacht wir rollen jetzt schon wieder bereits vorher über aber das szenario hier also dass das obere szenario das könnte es jetzt werden weil wir uns nämlich in diesem moment gerade unter den 50er immer hier fallen und sollten wir jetzt drunter rutschen und unterhalb halten dann wäre das für mich ein grund den dax von der short seite anzufassen sowieso aktuell bevorzugt von der short sollte anzufassen aus den gleichen noch zu liefernden gründen da kann ich mir sehr gut vorstellen dass wir in den kommenden tagen auf der unterseite ein lauf zu sehen bekommen in richtung hier dieser wichtigen support region um 15.500 15.600 punkte eventuell sogar einen break dann in der nächsten handelswoche vorbereiten von der wall street ist definitiv kaum unterstützung bis gar keine unterstützung zu erwarten da denke ich auch dass die bären jetzt die kontrolle ganz klar wieder übernommen haben hierzu ganz kurz einmal die betrachtung auf 30 minuten basis für den spider das ist der etf auf den s&p 500 wir haben ein klares halten unterhalb des ema 65 auf 30 minuten basis also unterhalb der fünf tage linie unterhalb der wir sowieso nur die short seite favorisieren sollten und in bezug auf rally sehr skeptisch sein das gilt auch für die queues also für den nasdaq etf hier sind noch ein paar senarien nicht eingestiziert habe auf die wir gar nicht so sehr eingehen wollen wir wollen uns hier an dieser stelle wirklich auf heute erstmal den handel fokussieren nicht auf das übergeordnete bild das können wir in den kommenden tagen gerne mal abdecken auch hier handel unterhalb der fünf tage linie break auf neue wochen tiefs das ist für heute wahrscheinlich so die referenz sowohl in den queues die bis dato tiefs verlaufend im bereich so ungefähr um 366 pi mal daumen 367 eventuell im spider haben wir eine referenz ungefähr um 440 pi mal daumen halten wir unterhalb und rollen gegen diesen bereich über ist die short seite ganz klar zu favorisieren im falle des spider dann der bereich um 4 33 4 32 eventuell den wochenschluss ein anzubisierendes ziel auf der unterseite falle der queues ist es die region 357 358 vielleicht ein stück tiefer 354 auf jeden fall haben die bären jetzt den vorteil auf ihrer seite und der grund der dafür spricht und da holen wir uns hier einmal dieses dokument von gestern auf den schirm findet sich eben in der fett leitzins entscheidung ich will das ganz kurz einmal hier erstmal in die mitte ziehen und dann auch einmal ganz kurz vielleicht auf einen tweet von mir gehen den ich gestern abgesetzt hatte kurz nach der entscheidung und zwar kann man hier lesen fett lässt den leitzins unverändert sieht den dort plot also diese punkte hier weitere 25 basis punkte bis dezember also das heißt eine weitere zins anhebung bleibt ein thema der hat sich also nicht verschoben und ende 2024 sieht man den dort plat dann bei 500 bis 525 basis punkte also das heißt die punkte haben sich nach oben verschoben werden uns kurz dran was ich gestern sagt an dieser stelle das ist das von mir favorisierte szenario hauptsächlich argumentiert über die jetzt wieder leicht anziehende inflationen durch die jüngsten entwicklungen im ölpreis und da sieht man mein szenario somit zu 100 prozent erfüllt fehlt als wort schnell getippt gewesen hawkisch also das heißt geldpolitisch restriktiv und meiner einschätzung nach bearish für spider queues und gold und das ist das was wir dann in den abend gesehen haben nicht dass es sofort kam das war interessant ehrlich gesagt ich war kurzzeitig doch ein bisschen irritiert weil ich hätte mir eine initialere reaktion tatsächlich vorgestellt da habe ich kurz ein ein anflug von stärke irgendwie ausgemacht das hat sich in den abend hat sich das erledigt gehabt und dann sind wirklich die bären eben aufgetreten hier noch ganz kurz einmal der dort plot den ich entsprechend wiedergegeben habe und das wollen wir jetzt kurz mal einordnen also ich hatte gestern hier diese diversen szenarien auf skizziert gehabt gesagt leid sind unangetastet da gibt es keine zwei meinung und dann die fragen die wir eigentlich für uns beantworten als trader um dann rückschluss zu ziehen auch auf die preis action die wir erwarten dürfen was liefert der dort zum einen für 2023 jetzt für den dezember und dann auch für 2024 und dann war hier das szenario 550 bis 575 also das aktuelle niveau in bezug auf die dots wandern die nach unten oder aber nicht also frage ja die wandern nach unten oder nein die wandern nicht nach unten ich habe es mit rot markiert weil nein ich gehe davon aus sie gehen nicht nach unten sie werden verweilen auf dem bleiben auf dem aktuellen niveau 55 bis 575 und das ist das was wir zu sehen bekommen haben aktien indizes man kann sehen ich schreibe es noch in klammern eher bearish gold eher bearish dollar eher bearish entschuldigung eher bullish der dollar ist eher bullish in solch einem umfeld aber alleinstehend war das nicht ausreichend sondern was noch darüber hinausgehend interessant war war eben die zweite frage die zu beantworten gilt was liefert der dort plot für 24 und da schreiben wir 450 bis 475 da standen wir und dann wird das bestätigt ja oder nein wird das nicht bestätigt ja es wird bestätigt ist es nicht geworden nein es ist nicht bestätigt worden die dots sind gewandert sind sie nach oben gewandert also eher dovisch geldpolitisch expansiv oder sind sie nach unten gewandert ein moment sind sie eher nach unten gewandert eher dovisch so rum und sind oder sind sie eher nach oben gewandert eher hawkisch sie sind nach oben gewandert 475 bis 4500 vielleicht auch höher bis ende 2024 wir haben es gerade gesehen innerhalb des dot plots 500 bis 525 und dann schreibe ich ganz konkret aktien indizes gold bearish beziehungsweise dollar bullish und das ist genau das was wir jetzt zu sehen bekommen damit sind also die ich sag mal leitplanken gesetzt warum ist der vorteil eher short und dann ist es jetzt eben an uns entsprechende setups zu formulieren und noch mal sollten wir jetzt unterhalb der tiefs von drei also der der tiefs vor der fett bereich 366 sollten wir unterhalb handeln vielleicht einen kurzen bounce zu sehen bekommen der dax in diesem zusammenhang wir sehen es jetzt hier an dieser stelle zum beispiel sollten wir gegen diesen bereich laufen aber dann über den tag stabil halten oberhalb im falle der queues oberhalb volumengewicht der durchschnittspreis genau das gleiche oberhalb volumengewicht der durchschnittspreis im spider haben sollten wir im falle des das dax ist hier auf fünf minuten oberhalb des ema 50 auf fünf minuten dann willst du nicht short sein denn das zeigt es kommt kein druck auf aber in dem moment wenn wir drunter gehen dann wäre das ein klares short signal aus den gerade gemachten gründen schauen wir mal wohin uns die wohin uns die reise führt an dieser stelle meine tendenz geht wie gesagt er in richtung unterseite auch in bezug auf gold eventuell ein lohnenswerter blick da kommt jetzt da haben wir gerade den trigger gesehen das ist das ist ab was ich den was ich den kunden von xtb im live event könnt ihr euch auf der webseite übrigens registrieren wenn ihr da schon ein paar minuten früher zuhören wollt geht auch ein bisschen länger als dieses format hier an dieser stelle und zwar hatte ich gesagt hier könnte sich so eine flagge herauskristallisieren wir sind gestern rein bullisch in die fährt rein und dann sagte ich mal gucken ich kann mir nicht vorstellen dass das nachhaltig ist warten wir mal die fährt ab dann kann es sich als nachhaltig herauskristallisieren aber sollten wir unter die 930 zurückfallen und sollten wir unterhalb halten dann ist das eigentlich eher ein short signal das ist was wir zu sehen bekommen haben jetzt hat sich hier so eine potenzielle bären flagge unterhalb dieser 930 herauskristallisiert und ich hatte gerade eben gesagt brechen wir unter die 927 926 dann haben wir hier eigentlich an dieser stelle einen potenziellen short mit ziel neue tagestiefs beziehungsweise vielleicht sogar den wegbereiter für einen lauf zurück in richtung der 1900er region und wir riskieren relativ eng gegen die 1931 932 wissen nicht im rücklauf drüber zu sehen bekommen und auch vier die short seite in gold spricht dieses szenario was wir gestern eben hier im hinblick auf die fett zu sehen bekommen haben so das war es meinerseits auch tatsächlich für diese woche ich bin morgen auf der world of trading vielleicht sieht man sich am montag hört ihr auf jeden fall wieder hier im guten morgen börse gemeinsam mit xcb von mir happy trading passt auf die stops auf wenn wir uns nicht in frankfurt sehen schönes wochenende sehen wir uns in frankfurt bis dann habt euch wohl macht's gut und tschüss